recht herzlich willkommen zur 120 folge von aber ja jetzt weiß ich gar nicht bin ich schon durchs tor oder bin ich nicht durchs tor gute frage ich glaube ich bin noch nicht durchs tor geflogen haben vorher aufgehört ja gut wir können nach nordwesten und nach südwesten und dieses tor ist das nach nordwesten also sind wir noch nicht durchgeflogen damit ist das schon mal klar gut da wollte man auf jeden fall durchfliegen dann machen wir das doch mal gut dann mal so der ist ein rotes tor und sonst ist gar kein tor wenn da also müssen wir in den feindlichen sektor rein wenn wir fliegen wollen gut schauen wir mal gerade in unser handelssystem alles was wir haben können wir nicht verkaufen können noch was dazu kaufen wenn sauerstoff und das lohnt hier nichts lohnt hier auch gut dann schauen wir mal gerade hier rein was so ein ausruhen zeichen hier bringt gas kollektor schwarzes brett und die brauchen chlor was haben wir überhaupt bei sauerstoff haben wir eben schon gesehen und laser modulatoren und die rechnetlicher preis aber ich weiß nicht mehr wie viel wir die gekauft haben gute frage gucken wir mal gerade hier nach laser modulatoren die gibt es ja aber gar nicht das ist schlecht für uns so dass da unten hat man glaube das ist auch ein gas kollektor ja das war auch der den ausgewählt haben weil der steht anders zu uns gucken wir schnell mal rein die wollen stickstoff haben okay das geht auch nicht lass uns mal auf die taktische karte gehen und da sehen wir dass hier hinten noch zwei sind die was von uns möchten vielleicht ich glaube wir müssen gerade ihm daher bescheid sagen ein bisschen außer reichweite aber wenn er uns angreifen möchte steht hier oben eigentlich sind zu schwach für den sektor ok also und er jetzt nicht getroffen fremdartige schiffen so er hat er hat aber ab und dann lassen wir das mal gut sein denke ich mal gucken noch mal hier rein ja die brauchen anti graf einheiten super hat hier neben noch was haben die am schwarzen bord hängen auch noch mal stickstoff ok fremdartige schiffe sind die ok die schießen auf uns und da es paar mehr sind brauchen wir mal gerade die wieger ok ich glaube wir müssen wieder in unser tor zurück kann das sein anders bringt dass das hier jetzt nicht oder wir springen ganz einfach geht ja auch gucken wir doch mal hier geht kein tor hin aber da ist was gucken wir doch mal die koordinaten noch da oder schauen wir wo da rauskommen da ist die richtige richtung schiff ist auch ziemlich träge beim drehen und computer berechnet der brauche ewig und gute berechnet und wir sind dann da drüben und was haben wir hier also ein weltraum hafen ist es hier wertstoffhof kann keiner gebrauchen eigentlich nicht so wirklich ist noch was in reichweite hier wo wir entspringen können ja da bleibt es noch das könnte aber ein feindlicher vielleicht auch ein freundlicher sektor weiß ich nicht müssen wir mal gucken also vier sekunden bis zur berechnung und da können wir schon los aber wir sind noch nicht ausgerichtet das zweite ist das da wird nur astroiden und zwei schiffe das zweite ist das da wird ein bergbauschiff ok aber da haben wir ein astroiden aber der ist nicht zum verkauf lass uns mal gerade auf die taktische karte wenn man so ein c gab mehr oder hat er da zwei davon schild wo es da da ist er hat aber nichts gebracht in dem sinne warte noch mal war nicht richtig oder kann das sein oder war es doch richtig war es nichts zu entdecken gut ok und da sind wir gekommen ich bringe zu dem blips hier oben noch mal gucken was da los ist computer rechnet noch und dann geht los hier gibt schon wieder ein tor das ist schon mal gut und da ist ein rotes tor und wir hier in einem sektor wo nur eine kreuzung ist aber wie sehe ich das wenn überhaupt ein durchgangstor aber wir nehmen dann das tor und das zweite jetzt unter mir ist das da oben und das zweite jetzt unter mir ist das da oben dann nehmen wir das fliegen wir da durch hier war ja sonst nichts dann einmal dadurch und gucken wie es da weitergeht ok hier ist ein bisschen mehr los ist eine andere fraktion ausrüstung doch gibt sie auf jeden fall hört sich schon mal viel versprechender an das mal war der f9 drücken aussohn und die ganze sache hier anpacken aber der c43 detektor ist irgendwie nicht funktionstüchtig manchmal kommt es mir so vor als ob das irgendwie ein bug ist wenn man den da austauscht 1 zu 1 dass der nicht funktioniert mal checken ob das so ist einmal komplett raus ist aber wohl nicht gut dann ne da nicht da unser handelssystem da wieder rein weil wir jetzt seht wird der button da näher angezeigt ne jetzt ist er da so jetzt mal gucken was unsere klamotten hier los werden laser köpfe laser kompressoren haben wir alles nicht aber sauerstoff gibt es hier den haben wir auch mit ich glaube den können wir einer fischfarm auch verkaufen lohnt sich ne 21 über marktpreis muss gehen wo ist die fischfarm da gar nicht mehr so weit weg ausrüstungs dock ist dann auch in der nähe fliegen wir da doch mal hin gut ein paar docking ports hinten da und da gut gucken wir mal dass wir da dran gekommen an die docking ports und da sind wir f schwarzes brett haben wir da was kumalibro innerhalb das akzeptieren wir doch jetzt erstmal schon mal gleich neue missionen besorge sauerstoff fisch wollen wir nicht akzeptieren aber wir wollen die mission abgeben dann hat sich der sauerstoff noch mal rentiert ne gut und dann würde ich sagen die 50 die wir noch haben die verkaufen auch gerade oder verkaufen gut läuft hier kann man fisch kaufen lohnt sich was intern nein nix fisch ist aber teuer hier wäre günstig aber lohnt da alle nix gut dann hat sich das erledigt der doktor rechts an ok was haben wir da oben für eine mission casino die wollen luxus essen haben ok hier war noch der fisch ok da hinten ist noch eine mission papierverbrauch holz oder was brauchen die da soll man papier irgendwo hin liefern ist aber so nicht jetzt die favorisierte mission die ich da habe gut schwimme ich mal hier gerade weg von der station und er ist da dran geflogen und arbeitet zum ausrüstungs dock sollte man mal fliegen da kommen erstmal die feinde wieder das sieht nicht gut aus ich glaube das dock ist auf der anderen seite kann das sein so mal reingeguckt ausrüstung handeln mal gucken was wir verkaufen können schild verstärker energie upgrade batterie upgrade ja das können wir verkaufen wenn wir das Fimper da drüber haben und das können wir verkaufen wenn wir das Fimper da drüber haben energie nach Schildkonverter haben wir da einen das heißt der kann auch weg generator gibt es auch in grün und kann der weg der kann weg quantum hyper raumsprung nicht radar upgrade c43 schild booster ja ja jetzt haben wir noch auf dem zweiten Schild verstärker 61 schild naja der boostet das schild dann noch naja das will ich dann aber nicht haben torpedos danita der miningjäger der wär schon cool zu haben aber wo soll der stationiert sein das ist die frage na dann müssen wir erst naunit haben naunit haben wir ja sondern trinit trinium gut das sieht jetzt nicht so aus antricks upgrade ja ich glaube da was dem wollen wir dann nicht dann ist erstmal nur verkauft gewesen hier anders ging es hier nicht ne was hatten wir denn jetzt hier drei millionen gut gehen wir ein stück weg hier erstmal und dann können wir gucken wo da die party stattfindet aber sind nur noch zwei oder wie sehe ich das ok wer ist das hier militärstation aufgabe die von 355 150 waffen hierher das wird sich dann schon lohnen aber waffen gibt es hier nicht zu kaufen ne nur servus das sind alles magere preise so gut da oben die schisswert sind auch noch eine aufgabe antriebs aggregator hierher liefern ist dann auch nicht das was wir wollen dann würde ich sagen fliegen wir in das nächste tor welches das da ist ja und wir machen oh stopp hier ist das war die fischfarm ne ja da hatten wir ja schon die wollen fischer haben oder sowas dann fliegen wir weiter in den nächsten sektor und schauen da mal rein und ja ich sag mal für die folge recht herzlichen dank und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.